Körner zum Wanderer und Banzai-Battarien Häuser, Fanny, ranwickelst, ey. Fanny, weißt du noch? Weißt du noch, Fanny? Fanny, mach kurz, ich fahr schnell vorbei. Guck mal da! Nein! Nein! Ach du Scheiße! Nein! Und der Shorty auch noch, ey. Egal, mit jeder zwei Schuss haben wir den raus. Gleich mal auf Wärmung. So schnell kann der gar nicht uns runterhauen. Wir dürfen... Wir gehen rechts nämlich an, ne? Wir dürfen ihn nur nicht zum Snipen kommen lassen. Wir gehen rechts nämlich an, unten, einer liegen. Wahrscheinlich ist Shorty eh schon vorher tot. Ja, er ist schon dort, bevor man überhaupt ankommt. Ah, Shorty. Ihr habt echt Tarnung auf dem Shard-Kling. Wie schlecht, Alter. Boah, schau mal. Boah, der wendet ja extrem schnell. Ich geh mal schnell vorbei. Alter, wie lange bist du denn noch? 4,2 Sekunden. Ich zähle jetzt hier mal. 21, 23, 23 Sekunden. Ne, 3 Sekunden. 23 Sekunden. Ich geh mal hell vorbei zu machen. Du, der E-Mail. Habt ihr mit Held gemacht? Nach Hause geschickt? Ne, warum? Da redet Gorn nicht mehr mit? Ja, ich hab das Spiel beendet. Nachdem ich den Tog hatte, ich... Ich hab das Spiel beendet. Ja, guck doch mal an. Rechts fährt schon so viel. Fahr rechts. Ich bin nicht so weit weg. Ich fahr nach rechts. Irgendwann. In den nächsten paar Jahren. Schau mal, die sind alle schon in der Gegner-Base. Ich hab's gerade mal zum Kettkreis rausgeschickt. Oh Gott. In der Nase, was meinst du halt? Joooooooooooooooooooooo. Die Nase wird in der Mitte wieder hoch. Du musst das Video dann in 2-Fahrer Geschwindigkeit ablaufen lassen. Geil, wie ich drüber geschossen hab. Oh, oh nein! Hey! Der bounced auch noch zu sich, ne? Oh Gott, du bounced am Tog. Sorry, Fadi. Da ist Shorty! Wo? Oh, ja willkommen! Alter, der bounced an mir, der Semper. Wo hab ich dich denn getroffen? Keine Ahnung, am Winkelspiegel hast du mir getroffen. Oben, links in die Ecke rein. Schöner Schuss. Ja, der da. Der Shorty oben bleibt oder unten? Kann das jemand sehen? Er fährt oben lang. Keine Ahnung, der ist schon halt gut, der Shorty. Vollshot. Ach du Scheiße. Ja, was ich damit nicht so tue. Äh, bis dahin. Kann man nicht so schnell sehen, weil ich komm kaum hinterher. Ja, ich seh schon. Alter, man ist halte gegen Intim schon tot. Das ist langweilig, ey. Aber ich hab einen Killian Loops. Als ich mich zweimal vorbeigeschotten hab. Ist eigentlich hinter diesen zwei ein Sternchen auf der Beschriftung von dem Kopf? Stockturm. Ja, Nase, was machst du richtig? Ey, wir müssen dir Damage machen, Jungs. Oh, guck mal Nase, er hat den Borst gefunden. Den? Ja, und sein Padua. Der wird grad vom Leopard zerknopfen. Oh man. Ja, rechts passt, Alter. Gehen wir links. Ne, wir gehen beide links. Ja, das ist Shorty. Ja, Shorty verreckt eh. Boah, das ist ein Kacknuck, der Shorty, Alter. Wie kann ein Mensch so schlecht spielen, Mensch, Mann? Oh, guck mal. Nein! Fuck, Mann. Äh! Oh nein. Egal, die Kette. Ja, ich versuch's, ich bin zu langsam. Ich halt oben. Ja, okay. Hi. Er will mich zöckeln. Ich hab mich so getrackt. Ich hab das Gefühl, der Komet kommt jetzt von hinten. Ich hab das Gefühl, der Komet kommt jetzt von hinten. Alter, wie sie alle bouncen. Ich hab mich grad diese IS auseinandernehmen. Ich muss zum Beispiel zurückziehen. Ich hab einfach mal vom Tock beschossen. Der kommt von hinten, der Komet. Der ist. Soll. Komm mal rüber in der Nase. Ganz schön da. Aber es ist noch ein 12T. Oh, es wird ganz schön eng hier. Ach, ich hätte da Dauer getrackt. Wie ist der Komet. Oh, hey. Der Komet ist hinter euch. Ja, das hat sich. Ja, das hat er merkt. Der ist noch ein bisschen. Der war über eingeleitet. Ja, das hat sich. Ja, der war über eingeleitet. Ja, das hat sich. Ja, das hat sich. Ja, das hat sich gemerkt. Ich will ihn voll durch ihre Panzerung! Aber ich rasch ihn weg! Ich will ihn voll durch ihre Panzerung! Nein! Ich bin tot! Er will mehr! Komm! Komm! Was macht ein Nasel da, man? Was macht ein Nasel da, man? Das ist eine IS, die platten ja noch! Rundshot! Ich bin gleich tot! Das machst du doch in der Mitte mit dem größten Panzer, wie es im Spiel ging! Dieser Kack 12 Tee-Ei! Ich möchte ja nicht sagen, Nasel, aber das war zum Fail, das war wie Hase gestern! Nein, das war kein Fail, Mann! Ich war erst in der Mitte, und dann kam sie aber da schon rechts bei euch durch! Ja, du Mirai, war nicht schnell genug! Das ging mir zu schnell! Hahaha! Oh Gott! Ja, liebe Zuschauer! Tog ist scheiße! Egal, auf Spaß! Äh, Tog ist so ein Dreckspanzer! Ja! Ja! Dein Team hat dann mal sicher als ein Kau! Ja, das können wir sogar noch gewinnen! Ja! Was hat denn... Dich zwölfmal? Der ist kalt. Was hat denn meine Schackung zuvor? Aber was hast du denn da schon wieder abgekammelt, Zephyr? Echt, weil du jetzt ruhig mal durchdrehen könnt. Weißt du, wir brauchen irgendwie 3 Minuten zu wieder vorfahren und sind dann in einer halben Minute verreckt. Ich denk nicht ganz. Ey, ich hab's bis in die Mitte geschafft und wieder zurück. Ja. Ey, ich hab's bis einmal durch und wieder zum Senpa. Ich hab's bis. Bin in die Mitte gefahren, hab mich da einmal gedreht, ein paar Mal anschließen lassen, bin wieder zurückgefahren. Ey, wollt ihr echt den Panzer weiterfahren? Ja, eine Runde noch für den Part. Den Part fertig machen. Mann, das ist wirklich schlecht das Ding. Ey, wir sind Topftier. Wo ist Shorty? Hauptsache nicht in unserem Team. Doch 12 Mal, Alter. Schau doch mal dahin. Ich würd sagen, wir rollen einfach wie bis fällig. Boah, Alter, ist doch scheiße, Mann. Was haben denn wir in unserem Team drin? Nix. Das können wir alles in unserem Tock verpacken und abreißen. Kannst du nicht mal mit dem Tock das Gefecht machen? Oh, Mann. Bis wir da sind. Ja. Was? Der ist weggecappt, Alter. Der lebt zu lange nach für diesen Mini-Schaden, ey. Ja, ne? Lebt zu lange. Scheiß auf die Ladenzeit, meine Geschwindigkeit. Ist ja egal, wenn du irgendwo schießt und damit nichts schießen kannst und schießen kannst. Aber 4,2 Sekunden mit Lüftung ist schon ein bisschen heavy. Und Ansätze. Ich hab 4,6. Boah, fast 5 Sekunden. Überleg mal. Ein Tiger schießt fast genauso schnell auf die 200 Sekunden. Weißt du, Fadi, Fadi. Und der Pfosten davor hat noch Tarnung auf seinen Teil. Ja. Der hat sich ja richtig ins Zeug gehalten. Ich hab nicht nur Tarnung drauf. Da sind los, das Geld rauszuschmeißen. Ich hab auch... Deine Schrift. Hast du sogar... Oh, Gott. Wo? Wo? Ja, da steht doch. Irgendein Scheiß steht da schon. Junior. Junior. Tatsache. War ja früher mal besser der Panzer, aber die Scheiße. Hey, können wir jetzt über diese Panzerfallen? Oh, nee, ich war ein Grabenpanzer. Alter, wär eher hier die Panzerfallen. Hör aufgerissen. Weißt du, Fadi. Du kennst doch das, diese Rockmusik. Du siehst einen so voll abgehen und dann siehst du das Auto ganz langsam fahren. Naja, das erinnert mich eher an irgendwie diese Hovermusik. So... Kommt ewig lang nix. Und dann... Überraschung. Ja, auf eine langsam Überraschung. Ich hab ein Problem, Fadi. Muss in die Stadt... Irgendwie... Schleppen wir uns da schon rein. Ich geh ja dauernd auf, Mann. Letztelk schießt mich an. Ach, ist doch Scheiße. Marder. Nein. Schaffst der Puzzle das überhaupt da hoch? Nee. Ach, schießt mich Marder an, Mann. Ja, wenn du da aber auch den kurzen Begrämus bist du selber schuld. Du machst schon wieder wie Hase, Mann. Du bist unglaublich. Vergleich mich nur einmal mit dem Hase und ich baller dich ab. Ja, wunderbar. Ich glaub, du willst nicht mehr so weit kommen, ey. Der Puzzle. Dieser blöde Marder, der schießt mich die ganze Zeit. Hat das ja harte Gäste noch mehr beliebt? Fuck off, ey. Und... Ich mach dich nicht drin. Respekt. Das ist weit geschafft, mein Junge. 50 Meter vom Start weg. Und dann hast du 400 Hitballs verloren. Im 6er gefickt. Ja. Das geht. Ich dachte, der Helm ist schlecht heute. Ich dachte, der Hase sei schlecht. Ich dachte, der Hase sei schlecht. Ich hab die ganze Zeit versucht, Licht zu machen. Lepa, fahr mal schneller an mir vorbei, bitte. Oh, Mann. Oh, Mann. Schon ein, ey. Komm mal mit, Fadi. Wir gehen jetzt so an die Stadt. Da hat jetzt bestimmt einer übelst den Steifen, weil er tausende Hase gemacht hat in 3 Sekunden. Das waren alle. Vor allem der Marder. Alle. Der Helm. Oh, Mann. Ey, wieso ist ein Ding in der Talkshow so weit vorne? Ja. Hehehe. Der ist doch gestartet. Ah. Der war doch gerade voll, oder? Nee. Hä, hier kannst du über die Fracks drüber fahren. Dein Panzer geht nicht mal auf. Oh, ich hab die Hellkern angedencht. Unglaubliche zwei Schaden. Ich hab Opfer. Ne, da kommt ein Tog, Fadi. Ich brauch dich. Da ist doch der Tog, Mann. Sonst sind wir die 14 aufschlopft. Oh, hei. Treffen nicht, oder was? Treffen die mich nicht? Ja, schüss. Toi. Der Commander tot und Gant tot. Ich mach, guck mal, ich hab ihn an der Kette. Ich hab ein Tog an der Kette. Ich hab hier Probleme. Du hast ein T14, Mann. Nein. Ich fahr schon, ich komme, Fadi. Aber es kann doch dauern. Komm zurück, fahr zurück, ich schiedle dich, ich schiedle dich. Ich bin gebounced. Ich nehm den. Ja, mach. Also, ich hab mich mal geschiedelt und jetzt? Das ist aber ein Problem. Du gehst rechts, da war noch ein Panzer. Oh, der ist da. Nein. Querschläger. Aua. Oh, da ist nochmal ein Panzer. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Okay, du hast... Oh, hab ich jetzt echt in die Gant von dem Panzer da geballert? Rächtige Bounce. Hilfe. Ja. Ja, jetzt hast du verloren. Bounce, 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 Bounce. Ja. Ich hab den Schaden gemacht, Mann. 1400. Wenn er mich überholt, ein AMX 40. AMX 40. Aufhören, ich kann nicht mehr. Der wendet sogar schneller, als ich meinen Turm drehen kann. Oh, Mann. Ich fand das, was ich weiß nicht. Ey, das war Team Blamer mit dem Shielding. Fahr mal schnell zurück, ich komme. Nachdem ich 30 Treffer kassiert habe. Und dann siehst du einfach so ein Schiff, siehst du auf so ein Schiff kommen. Bitte. Oh, Mann. Ich hab Krieger. Alter, die platzen so schnell. Wie du hast Krieger. Ja, ich hab Krieger. Du hast... du Krieger. Du bist tot. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, ich schürkel dich. Wahrscheinlich schaffst du das sogar noch. Nicht zu langsam damit zufrieden. Warte, ich war hinten an dich ran. Warte. mit einer Trostkram. Das sieht aus. Schau dir das mal an wie lang wir sind. Ja. Jetzt braucht ihr noch Nase, ne? Wir müssen noch so eine riesige Tockkette machen. Durch ganz Camp Genovka. Der Tock-Schlange. Ja. Ja, wer ist das? Also, so einen Panzer gibt's nicht. Oh, hab ich jetzt Tränen gelacht, Mann. Oh, ich hab Panzers. Ich hab erste Klasse mit dem Ding. Ich hab Panzers. Oh, 1700 Schaden, Alter. Oh, Nase. Hey, Nase. Du hast es geschafft, 29 Meter, ne, 290 Meter zu fahren. Geil. Oh, der hat den Gegner gespottet, Alter. Neuntreffer. Aber es war zwei schlechter, ja. Er hat zwei gebounced, Mann. Er hat zwei für seinen Neuntreffen gebounced. Oh. Ja? Ja, guck mal, wie ich abgegangen bin, hey. Ich hab sogar, ich hab Stahlwand. Ja? 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 Der hat Stahlwand mit dem Zock. Mit 250 ge... Hä? Ja, weil du so viel Traffic anziert hast, hast du nicht gestorben. Erhalten sie den meisten Schaden, der vor Panzerung abgewehrt wurde? Äh? Die Erhaltene und durch die Panzerung abgewehrt... Achso, die Erhalten... Achso. Ja, was hab ich denn noch alles für Schrott bekommen? Handgottes, Schläger, Duellant, Richtschützer... Ja, mein Lieben, Freunde. Es war doch ein wunderschöner Part mit diesem göttlichen Panzer. Ich glaub, Marcel ist das nächste Mal auch über den längeren Weg. Ist er doch da? Da sind doch irgendwelche letzte Worte an die Community. Hm, ich glaub nicht. Dann Fadi, du noch irgendwelche letzte Worte. Er ist Tilt. was du nicht vergesst zu bewerten und Zeiten sofort man hört sich blüüüüüü